Bodhicitta – Das unmögliche Wagen von Fred von Almen In diesem Retreat befassen wir uns mit zwei Themen. Das eine ist achtsames Gewahrsein, um die Natur des Geistes und aller Dinge zu erkennen. Dies ist unser Grundthema. Aber genauso wesentlich ist die innere Haltung, mit der wir meditieren, praktizieren und leben. Gelassenheit, liebevolle Zuwendung, Mitgefühl, Wertschätzung. Ein weiterer, sehr wesentlicher Aspekt der inneren Haltung, den ich uns allen als grundlegende Motivation von ganzem Herzen empfehle, ist Bodhicitta, die altruistische Haltung zum Wohle aller Wesen. Entschluss zum Wohle vieler Der Begriff Bodhicitta wird meist als altruistische Motivation verstanden, also als ein Wirken zum Wohle der Anderen. Hier möchte ich es aber übersetzen als zum Wohle aller und selbst mit eingeschlossen. Wenn ich diesen Vortrag nenne, das Unmögliche wagen, so weist das darauf hin, dass es ein sehr hohes Ziel ist, unser Leben und Herz so transformieren zu wollen, bis all unser Denken und Handeln auf das Wohl vieler oder gar aller ausgerichtet ist. Es ist nicht wirklich unmöglich, stellt aber eine lebenslange Herausforderung dar. Seinen Ursprung hat die Bodhicitta-Haltung im Mahayana-Buddhismus. Dabei geht es um den immer wieder zu erneuernden Entschluss, alles zu tun, um vollständig zu erwachen und den Lebewesen von größtmöglichem Nutzen sein zu können. Dies bedeutet nicht weniger, als vollständige Befreiung von allen täuschenden und quälenden Herzens- und Geisteseigenschaften anzustreben und zusätzlich auch all die wunderbaren Qualitäten wie Großzügigkeit, Weisheit und Mitgefühl zu vervollkommenen, egal was es dazu braucht und wie lange es dauert. Bodhicitta ist die Motivation der Bodhisattvas. Offensichtlich erfordert ein solches Unterfangen viele konsekutive Leben. Für diejenigen von uns, die nichts mit vergangenen und zukünftigen Leben anfangen können, kann Bodhicitta aber auch etwas einfacher formuliert werden. Dabei bleibt es genauso bedeutungsvoll. Möge ich dieses Leben zutiefst verstehen und es in diesem Verständnis entsprechend zum Nutzen und Wohle der Lebewesen einsetzen. Joseph Goldstein schreibt dazu, In der buddhistischen Praxis entwickeln wir ein Gewahrsein der Motivationen, Absichten und inneren Haltungen, die all unsere Handlungen prägen. Zusätzlich öffnen wir uns für die Möglichkeit einer viel weiteren, umfassenderen Ausrichtung, indem wir unser Gefühl dafür, was in diesem Leben erreicht werden kann, ausweiten. Bodhicitta ist ein Sanskrit- und Palibegriff, der wörtlich erwachtes Herz oder erwachter Herzgeist bedeutet. Es ist das tiefe Bestreben, aus dem Traum der Verblendung zu erwachen, um möglichst vielen oder allen Lebewesen von Nutzen sein zu können. Die gängige Motivation oder innere Haltung beim Meditieren und in der spirituellen Praxis könnte etwa so beschrieben werden. Wir wollen unsere Probleme lösen und vor allem unsere Schwierigkeiten loswerden. Wir wollen ein angenehmes Leben. Wir wünschen und versprechen uns von der Praxis Glück, Heiterkeit, Gelassenheit und Weisheit, was immer das heißen mag, auf einer Skala von lustvoller Wellness über wirkungsvolle Therapie bis hin zu erhabenen Meditationszuständen. Diese Ansprüche sind verständlich und berechtigt, aber auch ziemlich selbstbezogen. Ich erstrebe all das für mich. In einem Cartoon sieht man eine Frau, die ein Kreuzworträtsel löst. Sie fragt den Mann, der neben ihr im Sessel sitzt, Weltmacht mit drei Buchstaben. Er überlegt einen Moment und brüllt dann Ich. Diese Macht des Ich ist eine gewaltige Schranke, die uns an der Praxis dieser wunderbaren Ausrichtung vom Bodhicitta hindert. Deshalb braucht es großes Interesse und eine ständige Bereitschaft, sich dieser inneren Haltung zu öffnen und die Mittel anzuwenden, die uns zur Verfügung stehen, um sie zu fördern. Mängel der Selbstzentriertheit, Fülle des Altruismus Eine gute Grundlage wird gelegt durch die Reflexion darüber, was Bodhicitta für uns und andere bewirken kann. Wir sind eingeladen, über die Mängel und Unzulänglichkeiten einer selbstzentrierten inneren Haltung nachzudenken. Diese Haltung ist wie eine schwere, chronische Krankheit, die zusätzliches Leiden schafft. Sie hindert uns daran, unsere spirituellen Ziele zu verwirklichen, denn grobe und subtile Formen der Selbstbezogenheit führen zu Leid und halten uns letztlich von der Befreiung ab. Als chronisch wird diese leidschaffende Tendenz bezeichnet, weil sie sich unser ganzes Leben hindurch fortsetzt. Die Selbstbezogenheit ist die eigentliche Wurzel all der Mühen und Schwierigkeiten, die wir eigentlich um jeden Preis vermeiden möchten. Dies wird allerdings erst sichtbar, wenn wir uns konsequent mit den Auswirkungen unserer Absichten und Motivationen auseinandersetzen. Es ist notwendig zu erforschen, wie sich die Selbstbezogenheit anfühlt, was sie bewirkt und was sie uns letztlich antut. Tatsächlich ist diese Selbstzentriertheit immer die ungeschickteste aller Einstellungen. So ist es doch recht schwer zu verstehen, dass wir diese Haltung immer wieder spontan wählen. Vermutlich sind wir da durch die Evolution geprägt. Selbstzentriertheit war ursprünglich vielleicht eine nützliche Strategie, um zu überleben. Deshalb ist sie so tief in uns verwurzelt. Dabei sollte klar sein, dass hier nicht moralisiert wird und nicht von Gut oder Böse die Rede ist und schon gar nicht von sündig. Es geht nicht darum, nicht egoistisch sein zu dürfen, sondern um ein unvoreingenommenes Ergründen dessen, was uns und anderen Leidenschaft und was echtes Glück, Zufriedenheit und innere Freiheit bringt. Die Praxis vom Bodhichitta hilft, die Perspektive der Selbstzentriertheit umzukrempeln. Der große chinesische Can-Meister Shen Yen schrieb, Tatsache ist, dass die Praxis nur beschränkt Erfolg hat, wenn man nur sich selbst zu helfen sucht. Das Resultat wird dann am größten sein, wenn wir bestrebt sind, für andere von Nutzen zu sein. Deshalb erachtet man im Buddhismus, dass anderen von Nutzen sein als den ersten Schritt auf dem Weg der Befreiung. Shantideva, der indische Bodhisattva und Poet, schreibt, Bodhichitta ist die beste Medizin, um das Leiden dieser Welt zu heilen. Sie ist wie ein großer Baum, der alle Wesen schützt, die sich über die endlosen Pfade des bedingten Daseins schleppen. Das folgende Beispiel illustriert die Wirkung von Bodhichitta. Ernsthafte spirituelle Praxis ist wie Sonnenlicht, das durch ein Fenster einen ansonsten dunklen Raum erhält. Bodhichitta-Praxis hingegen ist wie die Fülle des Sonnenlichts im offenen, weiten Himmelsraum, das unparteiisch und uneingeschränkt auf alle und alles auf dieser Erde strahlt. Die Praxis der altruistischen Motivation öffnet die Beschränktheit und Enge der Selbstbezogenheit. Umfassender als Mitgefühl Die wunderbare Herzensqualität vom Mitgefühl besteht darin, dass wir in unmittelbarem Kontakt mit Leiden unser Herz berühren lassen und dann tun, was uns möglich ist, um dieses Leiden zu lindern. Nyanaponika Thera, ein bekannter deutscher Meister der Theravada-Tradition in Sri Lanka, beschreibt die Wirkung vom Mitgefühl auf uns selbst. Mitgefühl beseitigt die schweren Gitter, öffnet das Tor zur Freiheit und macht das beengte Herz so weit wie die ganze Welt. Mitgefühl nimmt im Herzen seine innere Last, die lähmende Schwere und verleiht jenen Flügel, die gefangen sind, in den Niederungen des Selbst. Bodhicitta entsteht aus Mitgefühl, ist aber umfassender und zielgerichteter als dieses. Mitgefühl entsteht, wenn wir in direktem Kontakt sind mit Leid. Bodhicitta aber ist der grundlegende Entschluss, sein ganzes Leben der Verminderung des Leidens zu widmen. Es ist die lebensbestimmende Motivation, Geist und Herz so umzuschulen, dass das Wohlergehen aller zum natürlichen Kernanliegen wird. Um uns diese Lebensweise näher zu bringen, schlägt Dakyab Rinpoche vor, dass wir versuchen, uns vorzustellen, wie sie sich anfühlen würde. Wie wäre es wohl, ein Bewusstsein entfaltet zu haben, das allem Lebenden in unendlicher Güte zugewandt ist? Wie mag sich das anfühlen, ein Denken ohne Ausgrenzung, ohne Verurteilung, ohne Diskriminierung? Eine natürliche Seinsweise, die einzig und allein in dem Wunsch besteht, in angemessener Weise allen Lebewesen Unterstützung zu gewähren. Dann stellt er klar, erst wenn wir unser Herz von dieser Seinsweise berühren lassen, können wir zu Innerst davon ergriffen werden und ein beglückendes, das Bewusstsein weitendes, fast ehrfürchtiges Gefühl der Wertschätzung für die Großartigkeit der Bodhicitta-Haltung entwickeln. Situ Rinpoche machte die überraschende Aussage, dass das Mitgefühl eines Bodhisattvas nicht aus Leiden, sondern aus Freude entstehe. Es entspringe nicht dem Gedanken, diese armen Lebewesen leiden und ich möchte etwas für sie tun, sondern vielmehr der Erkenntnis, diese zukünftigen Buddhas leiden unnötigerweise an einem Albtraum. Ihre Essenz ist vollkommen und sie haben alle Mittel in sich, um ihr Leiden zu überwinden. Möge ich die Ehre haben, ihnen zu helfen, zu erkennen, wer sie wirklich sind. Missverständnisse und Überforderung Es gibt auch hier im Westen so manche Missverständnisse in Bezug auf Bodhicitta. Wenn wir vom Entschluss der Bodhisattvas hören, die leidenden Wesen sind zahllos, möge ich sie alle befreien, sind wir möglicherweise nicht zutiefst inspiriert, sondern fallen in Panik. Was? Ich muss die alle befreien? Überforderung, Stress und Burnout sind die Szenarien, die vor unserem geistigen Auge auftauchen. Das ist verständlich. Wenn uns lange genug gesagt wurde, wir müssten Bodhicitta haben, zwingen wir uns vielleicht gar zu glauben, wir hätten es. Aber jedes Mal, wenn unser Verhalten uns das Gegenteil vor Augen führt, fühlen wir uns frustriert und überfordert. Hier noch einmal Joseph Goldstein. Ist Bodhicitta ein realistisches Bestreben für uns? Ist es wirklich möglich, eine solch altruistische Motivation zu erzeugen, wenn man die vielfältige Mischung unterschiedlicher Eigenschaften in unserem Herzen und in unserem Geist in Betracht zieht? Er zitiert den Dalai Lama, der in seiner üblichen Bescheidenheit gesagt haben soll, Ich kann nicht behaupten, die Praxis von Bodhicitta verwirklicht zu haben. Aber tief in mir drin verstehe ich, wie wertvoll und hilfreich es ist. Wenn auch wir erkennen, wie wertvoll und hilfreich diese Haltung ist, pflanzen wir die Saat von Bodhicitta in unser Herz und in unser Leben und lassen sie Wurzeln schlagen und wachsen. Ein weiteres Missverständnis betrifft das Sich-Ausschließen aus der Familie der Lebewesen. Sich um alle Wesen zu kümmern heißt für manche um alle außer sich selbst. Tatsächlich wird die eigene Person entsprechend gewissen buddhistischen Belehrungen ganz explizit ausgeschlossen, während alle anderen sehr viel höher geschätzt werden. Weil wir westlichen Menschen oft an mangelnder Selbstwertschätzung leiden, sind wir aber gut beraten, in diesem Punkt sehr vorsichtig zu sein. Uns behindert möglicherweise die tiefsitzende Überzeugung, vermutlich aus christlich- abendländischer Prägung, ich selbst verdiene nicht gleich viel Respekt und Wertschätzung wie alle anderen. Vielleicht findet man es sogar ungehörig, Güte, Mitgefühl und Wertschätzung für sich selbst zu kultivieren. Zweifellos sind wir eines von allen Lebewesen und gleich wichtig wie ein jedes andere von ihnen. Wenn wir uns ausschließen, machen wir uns in Wahrheit sehr besonders, selbst wenn wir es abwertend tun. Ich bin weniger wichtig als sieben Milliarden andere Erdenmenschen. Da halten wir uns für sehr speziell in unserer Unwichtigkeit. Uns selbst mit einzuschließen in alle Lebewesen, auch wenn sich das vielleicht nicht selbstverständlich anfühlt, vertieft unser Gefühl der Verbundenheit, statt uns besonders zu machen. Bodhicitta kann uns also aus der Enge der Selbstzentriertheit und ihren Folgen befreien. Diese altruistische Haltung wird im Gegensatz zu einer chronischen Krankheit mit einem wunscherfüllenden Juwel verglichen. Bodhicitta ist das Bestreben, die tiefer liegenden Bedürfnisse und Wünsche der Lebewesen zu erfüllen und ihnen das zu bieten, was heilsame und glückliche Zustände verschafft. Dadurch werden auch in uns selbst heilsame Kräfte wach. Bodhicitta ist eine Win-Win-Haltung. Sollte diese positive Wirkung nicht eintreten, haben wir die Praxis falsch verstanden oder sie nicht wirklich angewendet. Shantideva schrieb dem bekannten Vers, Was brauche ich noch viel zu erklären? Die Kindischen arbeiten nur für ihren eigenen Vorteil. Die Buddhas arbeiten zum Wohle aller. Schaut Euch nur den Unterschied zwischen ihnen an. Ein sinnerfülltes Leben Es ist wichtig, das Leben als sinnvoll zu erfahren. Darum lohnt es sich, dies zu erforschen. Wir glauben oft, Sinnhaftigkeit sei eine Frage des Verstehens, den Sinn des Lebens zu verstehen. Tatsächlich geht es aber darum, wie sich unser Dasein anfühlt. Ob es sich sinnvoll anfühlt oder nicht, hängt von der Verbundenheit ab. Verbundenheit mit sich selbst, Verbundenheit mit anderen, Verbundenheit mit dem ganzen Leben. Wenn wir uns getrennt und isoliert fühlen, sind Sinnlosigkeit und Depression sehr nah. Vereinsamung und Abgetrenntheit erleben wir als leidvoll. Sinn entsteht dann, wenn wir uns einer Sache hingeben, sei es für Momente, sei es dauerhaft. Selbst so banale Tätigkeiten wie Briefmarken sammeln, können das Gefühl von Sinn vermitteln, solange wir vollständig dabei sind. Entsprechend wirkungsvoller ist es, wenn wir uns voll und ganz in die Dhammapraxis hineingeben, sei es im Retreat oder im Alltag. Hingabe ans Gewahrsein, ans Ergründen, ans Erkennen oder eben Hingabe an das Wohl der Lebewesen. Bodhicitta bedeutet vollständige Hingabe. Es schafft tiefe Verbundenheit und gibt damit unserem Leben Sinn. Wenn Bodhicitta echt wird, spielt es immer weniger eine Rolle, was für einen Selbst dabei herausschaut. Denn jetzt geht es um die vielen, nicht nur um den einen. Mein langjähriger Lehrer Geshe Rabten gab die folgende Illustration. Wenn man ackert und sät, um Getreide zu ernten, fällt letztlich auch Stroh an. Man pflügt und pflanzt aber nicht um Stroh, sondern um Getreidekörner zu erhalten und damit Zampa und Brot. Stroh ist ein Nebenprodukt. So wie es beim Pflanzen und Ernten um die Körner geht und nicht um das Stroh, so geht es bei Bodhicitta um die vielen Lebewesen und nicht nur um eines. So wie beim Ernten als Nebenprodukt Stroh anfällt, so entsteht durch Bodhicitta für uns Verbundenheit, Sinn und Erfülltheit als Nebenprodukt. Sollten wir versuchen, Bodhicitta zum eigenen Vorteil zu kultivieren, wird es nicht klappen, weil die Motivation keine altruistische mehr ist. Sokni Rinpoche fasst zusammen. Bodhicitta ist das Bestreben, jede Form von Leid zu beseitigen, ohne dabei auf einen emotionalen Mehrwert für die eigene Person zu schielen. Welche Praxisform können uns in Richtung Bodhicitta lenken? Von den vielen Möglichkeiten soll hier nur eine Handvoll angesprochen werden. Voraussetzung ist, dass wir überhaupt fähig sind, uns für Leiden zu öffnen. Und nur in dem Maße, wie es uns gelingt, für unser eigenes Leid offen zu sein, ohne uns darin zu wälzen, sondern in dem wir es zulassen, anerkennen und fühlen, wird es uns auch bei anderen gelingen. Der große Artischer schreibt, wer alles Leiden anderer vollständig zu beseitigen wünscht, so wie er sein eigenes Leiden beenden will, ist ein Mensch mit höchster Motivation. Ein guter Anfang ist es, sich die folgende Ausrichtung zu Herzen zu nehmen. Möge ich Befreiung erlangen, zum Wohle aller Lebewesen. Wir erneuern dies zu Beginn eines jeden Tages und zu Beginn einer jeden Meditation für den Rest unseres Lebens. Je öfter wir uns daran erinnern, desto mehr werden unsere alltäglichen Beschäftigungen, unsere Projekte und selbst unsere gewichtigen Unternehmungen von dieser Motivation geprägt sein. Güte und Mitgefühl Die regelmäßige Praxis von Güte, Metta, Mitgefühl, Corona und Mitfreude, Mudita, fördert Bodhicitta. In dieser Sammlungspraxis der Theravada-Tradition wird die Haltung liebevoller, mitfühlender Zuwendung und Wertschätzung auch in Retreats systematisch geübt. Wie es der Buddha empfahl. So wie eine Mutter ihr einziges Kind beschützt, sogar auf Kosten ihres Lebens, so öffnen unser Herz allen Lebewesen. Mögen alle Lebewesen ohne Ausnahme glücklich und froh sein. Mögen Gedanken und Gefühle uneingeschränkter Güte die ganze Welt durchdringen, über uns, unter uns und um uns herum, ohne Hass oder Feindseligkeit, völlig unbehindert. Und an anderer Stelle, so wie ein kraftvoller Muschelhornbläser in allen Richtungen mühelos hörbar ist, so gibt es keine Begrenzungen für dieses herzbefreiende Wohlwollen. Unterstützend wirkt ja auch die Praxis des täglichen Sicherinnerns und Rezitierens der vier grenzenlosen Wünsche Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit. Mögen alle Wesen Glück erlangen und die Ursachen des Glücks. Mögen alle Wesen frei sein von Leiden und von den Ursachen des Leidens. Mögen alle Wesen niemals getrennt sein vom Glück, das frei ist von Leiden. Mögen alle Wesen frei von Anhaften, Ablehnung und Teilnahmslosigkeit in großer Gelassenheit verweilen. In Abhängigkeit von den Lebewesen Sehr wirkungsvoll sind die Betrachtungen über unsere Abhängigkeit von anderen Lebewesen. Wobei eine Wirkung solcher Betrachtungen nur dann eintritt, wenn wir sie regelmäßig über Jahre und bei verschiedensten Gelegenheiten anwenden. Es ist eine Tatsache, dass wir von unseren Eltern abhängig waren, wie auch von allen anderen, die uns gepflegt, genährt, ausgebildet, belehrt, behandelt, geheilt, gestärkt und unterstützt haben. Darüber reflektieren wir regelmäßig. Auch Tillmann betont, wie wichtig das ist. Ich fand dies in den ersten Jahren meiner Praxis recht mühsam, weil ich davon ausging, dass ich mich in der Folge sehr dankbar fühlen müsste. Genau das trat aber nicht ein. Erst Jahre später realisierte ich, dass ich auch ohne solche Verpflichtungsgefühle darüber reflektieren konnte, was die Wirkung sogar leichter spürbar machte. Es genügt, sich ins Bewusstsein anzurufen, was Eltern und andere Menschen für uns getan haben. Ohne sie zu Helden zu machen, aber auch ohne ihn zu unterschieben, sie hätten all das aus Selbstinteresse getan. Die Kontemplation der Beziehungen mit den Eltern lässt unsere Abhängigkeit wohl am besten deutlich werden. Doch einige von uns sind in diesem Bereich geschädigt und finden es entsprechend schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es gibt ja noch unzählige andere Menschen, von deren Wirken wir in vielfältiger Weise abhängig waren oder sind. Zum Beispiel Straßenarbeiter. In der Schweiz wird während der Sommerferien viel am Unterhalt der Autobahn gearbeitet. Das kann ärgerlich sein, denn es führt oft zu Staus. Wenn wir an solchen Baustellen vorbeifahren, können wir uns klar machen, was diese Jobs für die Arbeiter an Mühen und Gefahren bergen. Meist ist es sehr heiß im Sommer. Es kann aber auch in Strömen regnen. Es ist gefährlich, denn viele Autofahrer halten sich nicht an die verordnete Höchstgeschwindigkeit. Die Arbeiter sind gezwungen, die Jobs anzunehmen, weil es die einzige Möglichkeit ist, ihre Familie zu ernähren. Sicher würden sie weniger anstrengende Tätigkeiten bevorzugen, denn sie leiden oft schon früh an argen körperlichen Beschwerden. Um mühelos von einem Ort zum anderen fahren zu können, sind wir von zahllosen Menschen abhängig, seien es Straßenarbeiter, Bahnangestellte, Beamte in Planungsämtern, Hersteller von Schienen, von Zügen, von Autos, von Fahrrädern, eine anfangslose Kette von Menschen, deren Arbeit letztlich uns zugute kommt. Wir sind angewiesen auf Menschen in fernen Ländern, die unsere Kleider nähen, unsere Computer herstellen, unseren Kaffee und Tee kultivieren, unseren Reis und unser Soja produzieren, unsere Früchte und Gemüse pflanzen. Ein dicht gewobenes Netz von Verbindungen der Abhängigkeit. Leben ist kaum denkbar, ohne das Wirken von Bienen und anderen Insekten, von Pflanzen, von Regen, von Sonne und vom Sauerstoff der Luft. Wir sind abhängig von zahllosen Bedingungen, leben fortwährend von der Arbeit und auf Kosten unzähliger Lebewesen. Wenn wir diese Kontemplationen über längere Zeit durchführen, entstehen zunehmend Wertschätzung und Dankbarkeit für all die lebenswichtige Unterstützung, die wir erhalten. So wächst in uns auf natürliche Weise der Wunsch, diese erwidern zu können. Weil das oft nicht direkt von Mensch zu Mensch möglich ist, unterstützen wir all jene, denen wir in unserem Lebenskreis begegnen. Diese Praxis wird zum freudvollen Spiel, wenn wir entdecken, wie viel Verbundenheit dadurch in allen Beteiligten entsteht. Sich in den Anderen wiedererkennen Wir bemerken hierbei auch, wie ähnlich wir und alle Menschen sich in ihren grundsätzlichen Bedürfnissen sind. Die Reflexion betrifft so offensichtliche Sachverhalte, dass wir wahrscheinlich dazu neigen, sie gar nicht anzuwenden. Aber es lohnt sich, das Offensichtliche immer wieder zu bedenken. Wir selbst sind gerne gesund, gerne glücklich, respektiert und geliebt. Alle anderen Menschen sind, genau wie wir, auch gerne gesund, gerne glücklich, respektiert und geliebt. Wir möchten nicht leiden, wir möchten keinen Schmerz erfahren, nicht hungern, nicht frieren und nicht zu wenig Nachtisch kriegen, wenn wir als Letzte in den Essensraum kommen. Auch alle anderen möchten nicht leiden, möchten keinen Schmerz erfahren, nicht hungern, nicht frieren und möchten nicht zu wenig Nachtisch vorfinden, wenn sie als Letzte in den Essensraum kommen. Wir sind nicht nur abhängig von zahllosen Lebewesen, wir sind ihnen auch sehr ähnlich. Überlegungen und Erkenntnisse wie diese müssen wir konsequent in unserem Alltag anwenden, sodass wir uns immer öfters in anderen wiedererkennen. Die Schweizer Nonne Anila Ritarinica empfiehlt als kleine, aber gar nicht so einfache Übung, immer als Letzte in den Zug einzusteigen, den anderen die Vorfahrt zu lassen, das kleinere Stück Kuchen zu nehmen und dem anderen das letzte Wort zu lassen. Es gibt wertvolle und herausfordernde Übungen, sich und andere auszutauschen. In der wohl einfachsten setzt man sich an die Stelle einer anderen Person. Die Übung wird besonders interessant, wenn wir mit der Person uneinig sind, sie schwierig oder gar schrecklich finden. Zum Beispiel können wir uns in die Gedankengänge eines Politikers hinein versetzen, der schwer nachvollziehbare Anschauungen vertritt und uns ausmalen, wie die Dinge aus seiner Perspektive aussehen. Er ist womöglich gut gesinnt und von umgänglicher Art. Aufgewachsen in einem bestimmten gesellschaftlichen Umfeld, wurde er durch die Denkweisen seiner Familie geprägt und versucht nun mit allen Kräften das, was er für hilfreich hält, umzusetzen. Sich so einzufühlen heißt nicht, dass wir seinen Ansichten zustimmen müssen. Es geht darum, starre Haltung aufzuweichen und die Perspektiven auszuweiten. In gleicher Weise können wir uns in die Lage des Bettlers, des Konzernleiters, des Straßenarbeiters, der schwierigen Mitarbeiterin, des gekränkten Gefährten oder der empörten Partnerin einfühlen. Es braucht echtes Interesse und einige Sekunden Zeit sowie Freude an Herausforderungen und Begeisterung für diese Art von spiritueller Auseinandersetzung. Herzensschulung auch möchte ich die Praxis der Herz-Geist-Schulung von Lojong erwähnen. Sie beinhaltet eine Vielzahl von Methoden, die uns helfen können, Herz und Geist in Richtung Bodhichitta zu transformieren. Tillmann wird die Tonglen-Praxis, das Nehmen und Geben, eine bekannte, sehr wirkungsvolle Herzensübung noch erläutern. Gewisse Vorschläge in der Lojong-Praxis sind sehr radikal und nicht unbedingt für alle geeignet. Aber ich finde sie so spannend, dass ich hier wenigstens ein Beispiel erwähnen werde. Wir üben uns, Menschen, die wir schwierig finden, als unsere größten Wohltäter oder Wohltäterinnen zu sehen und zu schätzen. Langrid dankbar empfiehlt, fügen mir jene, die ich gefördert und in die ich Vertrauen und Hoffnung gesetzt habe, furchtbaren Schaden zu und verletzen mich zutiefst, werde ich sie als meine größten Lehrer betrachten. Die Idee dahinter ist folgende. Dadurch, dass sich Menschen in einer Art und Weise verhalten, die wir als schwierig oder gar bedrohlich erleben, geben sie uns Gelegenheit, wertvolle Qualitäten wie Offenheit, Toleranz und Mitgefühl zu üben. Sie ermöglichen uns zu beobachten, wie sich Selbstzentriertheit in uns anfühlt und wie sie sich auswirkt. Deshalb sind sie tatsächlich große Lehrer oder Lehrerinnen für uns. Es kommt dazu, dass sie gar schlechtes Karma auf sich nehmen, um uns diese Gelegenheit zum Praktizieren bieten zu können. Somit, es gibt Grund genug, sie hochzuschätzen. Ob wir uns an die Gleichheit zwischen Anderen und uns erinnern, liebevolle Güte und Mitgefühl für sie kultivieren, uns an ihre Stelle setzen oder Tonglen anwenden. Wie immer wir auch den Lebewesen begegnen, die optimale Haltung ist jene von Offenheit und Wohlwollen für alle. Dies gilt unterschiedslos für die Sympathischen wie für die Schwierigen, für uns selbst und andere und für all die erhofften und befürchteten Erfahrungen, die fortwährend entstehen und vergehen. Jeder Moment ist eine Gelegenheit für inneres Wachstum. Wann immer wir in unserem Bestreben scheitern, können wir uns daran erinnern, auch uns selbst gegenüber tolerant und annehmend zu sein. Unser Misserfolg, unser Ärger, unser Frust, unsere Ängste und Begierden sind vergleichbar mit den schwierigen Menschen, die wir als unsere Lehrerinnen zu sehen gelernt haben. Wir erkennen an, dass wir für den Moment gescheitert sind und üben uns, auch mit dieser Schwierigkeit in toleranter Weise präsent zu sein. Diese Bereitschaft hat ihrerseits eine heilende Wirkung. Dann beginnen wir von vorne, ganz im Sinne eines Aufrufs des Dalai Lama. Gib nie auf, was immer auch geschieht, gib nie auf, kultiviere das Herz. Zu viel Energie wird aufgewendet, um den Verstand zu entwickeln, statt das Herz. Sei mitfühlend, nicht nur mit deinen Freunden, sondern mit allen. Sei mitfühlend. Arbeite für den Frieden in deinem Herzen und in der Welt. Arbeite für den Frieden. Und ich sage nochmals, gib nie auf, was immer auch geschehen mag, was immer auch passiert um dich herum. Gib nie auf. Damit Bodhicitta die unübertreffliche Motivation beginnt, unser Leben zu verändern und Früchte zu tragen, müssen wir uns tagtäglich darin üben. Dies tun wir in der Form meditativer Betrachtungen oder kurzer Reflexionen, die wir in Alltagssituationen anstellen und auch als regelmäßige Praxis am Beginn und Ende eines jeden Tages einbauen. Wir wollen noch einen kurzen Moment still sitzen, das Gehörte einsinken lassen und wieder wahrnehmen, dass wir hier sind. Mit Körperempfindungen, Atem, Geräuschen, Formen, Farben, Mitmenschen. Körperempfindungen, 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 Vielen Dank.